. 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 Hmm, reden wir jetzt mal nur über unser Sonnensystem. Wir haben die Sonne im Sonnensystem, können wir erstmal vergessen, dann haben wir Venus, die können wir auch vergessen. Reden wir nur über Erde, können wir auch vergessen, Mars, können wir auch vergessen und dann den Asteroidengürtel und Jupiter. Können wir auch vergessen. Reden wir nur über Asteroiden. They couldn't be Asteroids, they've got to be Asteroids. Wegen der Apollo-Astronauten, genau, wegen der Apollo-Astronauten. Ein Sonnensystem, das im Wesentlichen aus Planeten besteht, mit Migrationshintergrund. Das führt dazu, dass der Neptun über den Uranus drüber springt, woraufhin sich die Rotationsachse des Uranus genau kippt, so wie man es heute beobachtet. Neptun springt dann quasi in diese riesige Trümmerwolke und verursacht das späte Bombardement, das wir heute noch auf der Oberfläche des Mondes beobachten können. Irre. Döneigungen. Döneigungen.